an den us-amerikanischen märkten gilt aktuell rette sich wer kann es sieht nicht gut aus zumindest mal aus bullischer sicht ihr erinnert euch ich hatte gesagt mensch die 38.000 die ist realistisch so lange wer nicht und genau das ist eingetreten wir haben die marken letztlich ganz häufig genannt jetzt sind wir egal wie man es auffasst egal wie großzügig man gucken mag wir sind massiv durch die marktteilnehmer hatten eine chance hier als letzte möglichkeit nach dieser korrektur zuzugreifen und zu sagen nee wir wollen ja eigentlich wir waren jetzt mal in der pause aber nein das was wir jetzt sehen das ist das tor was ganz klar für die bärische seite spricht das heißt nicht dass wir nie wieder nach oben gehen aber zumindest aktuell werden ganz andere szenarien realistisch deshalb haben wir diese marke genannt ihr habt gesehen wahrscheinlich dann entsprechend auch eure positionen so verwaltet entweder da oben das hatten wir ganz am anfang gesagt für die die es eng stoppen wollen die wenig spielraum zulassen oder aber dann in dem bereich hier beim dow jones das waren die zwischenhochs die wir hier genannt hatten zum beispiel aus mitte juni ein bisschen tiefer waren wir da noch ich glaube bis 800 ich habe die linie jetzt nicht mehr eingezeichnet als homage an diesen rücksetzer solange wir etwas kleiner sind okay wir sind nicht kleiner wir sind durchgeschlossen also insofern ist jetzt etwas eingetreten was das bild das bullische bild vorläufig völlig aufs eis setzt wir brauchen jetzt eine komplett neue lesart wie wir den markt angehen eigentlich ist es nicht das thema des index updates am nachmittag das werden wir wahrscheinlich in den nächsten tagen noch mal aufgreifen dazu werde ich dann noch mal ein übergeordnetes bild machen aber ich habe es grob schon angedeutet jetzt werden szenarien die locker in diese richtung gehen die locker in diese richtung gehen und ich würde mich nicht mal wundern in diese richtung gehen noch mal auffällig das ist uns jetzt nichts neues das wussten wir vorher schon wir wussten nicht ob der markt das macht was wir aber wussten ist wenn das ganze durchstoßen wird dann sind wir dann ist schluss mit lustig dann sind wir auf neuer ebene nach unten warum ist das ganze naja ich gucke ja immer gerne auf korrekturen und die sollten möglichst ähnlich große nicht überschneiden jetzt sind wir aber von der größe die wir aktuell haben schon fast auf dieser größe und damit könnte man sagen naja gut dann haben wir halt hier das und dann haben wir hier und das von mir aus das könnte doch immer noch sein vorsicht dann wäre das drei wellig und damit ist der bullenmarkt ebenfalls die dritte welle darf soll muss und nicht drei wellig sein also das ist ein typischer punkt das wäre nicht normal das wäre nicht typisch ist es völlig ausgeschlossen dass der kurs sich erholt und noch mal nach oben geht aber favorisiertes szenario ist es aktuell nicht ein szenario wäre jetzt noch das ist jetzt sehr theoretisch dass das hier in irgendeiner form so was wie ein ending ist oder wird noch oder wie auch immer noch mal einmal nach oben geht und anschließend nach unten aber ich muss ganz ehrlich sagen das müssen wir schon so konstruieren dass mir das wenn ich ehrlich bin nicht mehr zusagt im moment gehe ich eher davon aus dass das korrektiv ist das ist grundsätzlich kein problem es gibt ja solche szenarien wir haben dann so ein anstieg der ist sehr sehr steil und dann haben wir eine korrektur das gibt's und anschließend eine aufwärts korrektur das gibt's und anschließend noch mal eine bewegung nach unten und dieses bild habe ich euch so häufig aufgezeigt ich hatte neulich noch beim dax im prinzip wir machen einen ganzen kurzen ausflug auf den dax und zwar auf wochenbasis weil das bild nahezu identisch aussieht zur corona situation keine sorge ich glaube wir müssen vorläufig jetzt nicht das szenario noch mal erwarten beim markt schon aber nicht so hoffentlich corona aber wir sind korrektiv runter wir sind korrektiv hoch alles war safe ich war zu dem zeitpunkt als der kurs so aussah absolut das waren bullenmarkt nur überschneiden durfte er das nicht mehr sobald er das überschnitten hat sind diese szenarien klassisch eine seitwärts korrektur wir alle wissen diese marke hat abgefrühstückt sogar unterschossen wenn wir das ganze jetzt mal beim dow jones angucken dann haben wir ein relativ ähnliches bild dreiwellig dreiwellig es war alles gut solange wir hier nicht überschneiden das hat er getan und damit war diese marke relevant hier unten und wenn wir uns das jetzt noch mal angucken hier in diesem chart dann hatten wir eine aufwärtsbewegung das war das pandon hier vorne da war ja auch eine aufwärtsbewegung dann gab eine korrektur dann gab es eine korrektur und sobald wir diese marke das ist eine früh eine interne geschichte weil es intern jetzt nicht mehr passt die nächste relevante marke ist die ich aus meiner sicht eigentlich gar nicht mehr abwarten muss mein nächstes szenario mein erstes vorläufiges szenario ist wir sehen diese marke hier noch mal manch einer sagt sich würde doch saisonal passen denn der sommer da passiert meistens nix aktuell sind wir eh zu hoch hier war anfang april mai hier in etwa jetzt sind wir bald wieder auf dem niveau und eigentlich sollte es ja am ende des sommers etwas niedriger sein dann kommt noch september oktober eh zwei crash monate also saisonal das passiert ja nicht immer das würde doch wunderbar passen und wir haben darüber gehört doktor grahn zum beispiel der sagte wir als großinvestoren das muss man nicht immer mögen einige sagen ich sehe das ganz anders das ist ja völlig in ordnung jeder soll das sehen wie er will aber es ist interessant zu sehen wie sehen es denn die großen und die großen sagen halt naja geldmengenwachstum ist negativ das ist ein zeichen für die börse muss eigentlich runter er hat es gesagt er hat gesagt er rechnet damit nicht notwendigerweise sofort das ist nicht zwingend timing kann konjunkturzyklus immer nicht so gut aber dass wir noch in diesem jahr irgendwann in der zweiten jahreshälfte oder gegen ende des jahres noch mal deutlich tiefer müssten dafür spricht ism dafür spricht filifed dafür spricht die frühindikatoren dafür sprechen und so weiter was er alles aufgezählt hat ja marcus fugmann ebenso er hat viele gründe genannt warum es sein sollte bislang haben die markt teilnehmer gesagt ihr könnt uns alle mal interessiert uns nicht jetzt haben sie mit dem ding gesagt was hat er dir gesagt erzählt noch mal vielleicht ist doch nicht so gut sie haben nicht mehr an den bullenmarkt geglaubt und das haben sie gezeigt an dieser marke denn wenn sie wirklich bullisch noch wären hätten sie gesagt wir haben eine chance für den dreh das nutzen wir die marktteilnehmer haben diese chance verstreichen lassen und das heißt sie glauben selber nicht mehr dran und als händler wenn die anderen nicht dran glauben mir ist das egal ob der markt hoch oder runter geht ich bin ja nur doofer händler wenn die leute runter dann gehen wir halt runter dann shorten wir halt den markt wir haben ja schönerweise die möglichkeit aktien zu shorten cfds zu shorten man könnte mit options scheinen arbeiten man kann mit hebel zertifikaten arbeiten es gibt so viele optionen natürlich auch hier jetzt auf die indizes könnte man den future oder ein cfd oder sowas in richtung natürlich handeln also es gibt ja die möglichkeit die abwärtsseite zu handeln ja aktuell sieht es danach aus also das ist mal best guess das ist kein versprechen dass das hier passiert aber es ist nichts was jetzt völlig absurd ist nach im sinne von ja sowas das so sieht das aber nicht aus doch doch genau so sieht das aus seitwärts korrektur und wir dürfen eins nicht vergessen erinnert euch an die blaue kiste die blaue kiste ist das niveau wo der markt gerne hingeht als korrektur und ja hier war der markt in der blauen kiste und es hätte vollkommen ausgereicht für nach oben deshalb war ich auf dem trichter für bullisch was ja auch nicht schlecht war man konnte ja hier eine menge verdienen auf der aufwärtsseite aber es ist auch wenn er jetzt noch mal dahin geht dann sind wir immer noch in der kiste es ist zwar dann hat länger gedauert gut sommerpause da zieht sich das ganze ein bisschen aber das wäre immer noch selbst dann im großen bild noch nicht drama es ist immer noch realistisch möglich dass es anschließend so weitergeht im sinne von zack a b c und anschließend noch mal die fortsetzung also niveau ist 32.000 hier das tiefe einfach von märz noch mal gucken kann auch 31.000 sein alles safe allerdings ist es auch nicht ganz von der hand zu weisen dass wir nach a b c in irgendeiner form fertig sind und weiter nach unten gehen dieser kampf wird erst hier entschieden jetzt schon die vorhersage zu machen ist ein bisschen arg früh aktuell heißt es aber toren ganz weit auf bis 31.000 die marke habe ich schon häufiger mal erwähnt also da wenn ihr das regelmäßig mitverfolgt das war nachvollziehbar also das ist also nichts jetzt wirklich überraschendes nur bislang mussten wir über diese marke nicht reden weil wir oberhalb dieser marke waren jetzt sind wir unterhalb spätestens jetzt wird dieses szenario sehr relevant ja was bedeutet das jetzt für heute nachmittag naja also vorläufig wenn man schon longs machen will dann sollte man auch wirklich ein klares bild haben also ich habe kein problem einen zwischen long zu machen schub hoch wackelig runter da gehe ich gerne auch mal zwischen long aber eben zwischen long wir müssen dann damit rechnen 1 zu 1 projektion und dann mal gucken schnell stopp nachziehen es ist längst nicht mehr das bullische bild mir gefällt das aus bullischer sicht der dow jones aktuell nicht mehr für zwischen longs kein thema unter den allseits bekannten bedingungen schub hoch wackelig nochmal schub hoch das kann ja auch das pause das pause das und dann hat er schon einen wunderschönen ersten arm gemacht und kann sich dann später weiter nach unten absetzen also das bild hat sich gekippt bis zu dieser linie war natürlich diese abwärtsseite möglich also die war vorher auch möglich dass das passiert aber sie war nicht nicht zwingend beide szenario szenarien galten und im zuge des aufwärtstrends bleibt man natürlich dann in trendrichtung dann sagt man nicht ja das könnte auch drehen ich gehe schon mal short das ist zu früh typischerweise zumindest mal auf dieser groben ebene man kann natürlich gucken ob man hier auf kleinerer ebene was findet so richtig schlüssig fand ich das nicht weil es bis dahin noch sehr korrektiv aussah deshalb war ich jetzt hier nicht im druck auf short zu gehen für einzelaktien ist das anders ihr habt es mitgekriegt da gab es ja einige auch klare short-signale bei einzelaktien aber für den gesamten markt jetzt nein bis dahin nicht aber jetzt ist das bullische bild erst mal kaputt und damit ist jetzt massiv einzusteigen für die longseite aus meiner sicht völlig uninteressant es ist möglich dass der kurs doch noch mal einmal hoch geht ja guck mal der kann doch hier abprallen das schließe ich nicht aus aber von den wahrscheinlichkeiten der verlaufsmuster ist das absolut untergeordnet und ja wenn er was ich eben gezeichnet hatte schub hoch wackelig runter ja dann kann man ja hier noch mal long machen ob das dann nur ein bisschen reicht oder vielleicht sogar auf neue hoch darüber kann man dann ja diskutieren wenn wir sehen wie groß das dann ausgefallen ist aber im moment ist das überhaupt gar keine diskussionsgrundlage das heißt wie machen wir das nicht dass wir das immer perfekt machen aber wir haben ja immer noch long position auch nach diesem elliott wellen ansatz in einzelnen aktien und wir werden jetzt ernsthaft überlegen inwieweit wir wenn wir verschiedene stopp varianten haben die auf eine engere stopp variante wechseln also wir gehen jetzt nicht massiv raus denn solange ein markt läuft witzigerweise gibt es immer noch einzelaktien die weiter laufen nach oben also tapfer sich nach oben entwickeln völlig gegen den markt da wäre es jetzt blöd die zu schließen aber wir haben einige aktien wo wir gesagt haben eigentlich wollen wir im großen bild das bullische szenario fahren deshalb lassen wir die stops ein bisschen weiter weg da bin ich jetzt gewogen zu sagen moment mal nicht mehr auf ganz weite ziele zielen sondern eine stufe enger das gilt für einzelaktien der gesamtmarkt da habe ich euch die stopp marken in den letzten wochen so häufig genannt das sollte euch jetzt heute nicht mehr wirklich überraschen wie sieht es beim S&P aus naja auch hier wir haben drüber gesprochen nachdem er hier nicht wollte ist der ansatz auf diese marke 4.300 4.250 irgendwie so was in der richtung das kann mit einer unterbrechung sein das würde mich gar nicht wundern wenn er dann unbedingt meint kann das auch direkt machen aber wenn er es sogar direkt macht dann ist meine überlegung dass wir letztendlich durch diese wichtigen marken durchkommen das ist dezember hoch und februar hoch wenn wir die durchstoßen beim S&P dann ist mein bild irgendwo hier unten haben wir auch schon häufig drüber gesprochen aber war jetzt kein ständiges thema weil der kurs ja nach oben gestrebt hat da musste man nicht über diese marken so intensiv reden aber das war der enge rücksetzer das ist dieser hier diese grüne marke entspricht diesem rücksetzer das ist aktuell mal das solange er oberhalb bleibt na gut ist das vielleicht noch kein riesen drama ja aber er kommt wenig korrektiv mir wäre es wohler ehrlich gesagt er würde jetzt so runter kommen da würde man sagen naja gut vielleicht dreht er da noch im also homage an diesem hier und dann gibt es dann den die fünfte welle nach oben dann quasi da noch mal da macht er aber blöderweise nicht das geht steil runter und er hat sich an nichts gehalten hat gesagt okay wir sehen hier unterstützungslinien ist mir egal wir fallen durch die marktteilnehmer haben keine lust da ist doch ein gutes zeichen also ein gutes zeichen für schlechte zeiten aber wenigstens fair die marktteilnehmer zeigen ja was sie wollen und wenn sie wenn sie unterstützungsangebote nicht nutzen ist das eine aussage sie tun es nicht also insofern der nächste halt wäre hier aus meiner sicht zu weit das haben wir angesprochen entweder man hatte enge stops gemacht irgendwie sowas hier um möglichst weit oben rein zu gehen oder eben unterhalb dieser grünen marke ja ich hatte hier immer mal wieder was eingezeichnet ob das jetzt genau 4450 ist oder sowas aber irgendwo in diesem umfeld unten drunter weil ansonsten öffnet sich dieses hier und mir persönlich wäre das zu viel rücksetzer für diesen aufwärtsarm das ist dann auch wieder schade das so zu machen muss natürlich jeder selber wissen aber deshalb haben wir gesagt also wenn er das nicht greift dann müssen wir mit hier rechnen und das ist ja doch ein gutes stück dann lieber gewinne mitnehmen die man da vorher hatte na gut jetzt ist es soweit gekommen alles kein drama noch alles in ordnung jetzt wird es hier wieder spannend ob er hier irgendeinen dreh schafft oder nicht wir schauen uns uns gerne an dann haben wir den nasdaq und der nasdaq hatte seine lieblingszone noch nicht erreicht von paar tagen und jetzt gestern natürlich erreicht und jetzt ist er auch unten durch und hier gilt es ähnlich wie das was wir für den anderen der s&p gesagt haben die letzte große korrektur war diese hier quasi in der aufwärtsbewegung da sind wir theoretisch noch drin aber eigentlich passt das nicht so richtig denn eigentlich müsste da jetzt diese korrektur größe wir hatten das mal eingezeichnet das wäre mir eigentlich lieber bis irgendwo hier und dann noch mal nach oben für den nasdaq muss ich sagen bisher das was ich beim dow jones gesagt hat er spielt mit dem feuer und tanz auf der rasierklinge das ist jetzt hier wenn er jetzt das bei diesem tief beließe würde man sagen guck mal sie haben es nicht ganz pünktlich hingekriegt mit der wende aber es immer noch in ordnung läuft er aber jetzt weiter dann hat das mit diesem teil nichts mehr zu tun und damit ist das ding durch die gefahr ist da im moment sehe ich hier keinen ansatz dass der markt hier irgendwie durch will also für den nasdaq wer sich nicht für die engeren stops entschieden hat was völlig okay ist also auch nachvollziehbar ist charttechnisch das muss immer jeder selber wissen ich weiß viele sagen wieso ist nicht okay man musste doch hier oben stoppen nein das hängt ja immer davon ab wie viel aktivität aktivismus ihr haben wollt macht die enge stoppt müsst ihr halt häufiger rein und raus ist kein drama aber da muss man sich abwenden wenn man sagt will ich aber gar nicht dann muss man den weiteren stopp machen muss man natürlich akzeptieren dass es weiter ist aber es ist alles noch einigermaßen logisch nur wenn er jetzt hier dann da diese diese zone verlässt was ist denn dann der plan wird schon das ist zu vage aus meiner sicht natürlich kann man noch so ein bisschen hoffen dass er dann hier wenigstens aufsetzt aber das sind ja noch mal über 1000 punkte weniger und verlaufstechnisch wäre das eigentlich keine schöne marke immerhin hätten wir hier eine unterstützung aber meine vermutung ich mag völlig falsch liegen ist dass wir ich mache es mal größer dann könnt ihr das besser abschätzen welches hoch das ist das war das hoch vom august letzten jahres dass wir wenn wir hier abprallen das eigentlich nicht wollte ich nicht verschieben dass wenn wir wirklich da abprallen dass wir eher korrektiv sind und mit der ernsthaften gefahr dass wir noch mal weiter nach unten gehen ihr seht die amerikaner haben was den standardmarkt den dau angesprochen angeht eine klare sprache gesprochen sie haben einfach keine lust sie trauen der sache nicht die nasdaq jana wenn man so schön will die sind dann noch nicht ganz so eingefahren die sagen aber wohl ist mir bei der geschwindigkeit ehrlich gesagt nicht also insofern überlegt euch wenn ihr einzelpositionen habt ob ihr der sache traut aktuell oder ob ihr nicht sagt naja gut aber dann nehme ich lieber irgendwo die stops jetzt enger ran freue mich über die gewinne die ich bis dahin habe oder eben dass es kein schlimmes minus ist wenn es sehr spät eingestiegen ist konnte man ja immer noch einen gewinn haben wer da oben natürlich eingestiegen ist der nicht aber man steigt nicht am höchsten punkt ein sondern immer nach einer korrektur das wäre dann im zweifelsfall hier wenn man im kleinen das gemacht hätte beispielsweise hier an dem bereich dann da oder wo auch immer von mir ist auch hier abc aber wer diesen anstieg das abc darüber hatten wir mal gesprochen deshalb spreche ich das gerade an wer dann hier irgendwo long gegangen ist der wartet natürlich nicht nur wir sind toll im plus gewesen jetzt sind wir wieder auf einstieg nur der kommt wieder das ist ja kein bild mehr da nimmt man irgendwo da oben gewinne mit aber auf keinen fall mehr unter dem einstieg nachdem er schon gelaufen ist aber das ist profane charttechnik da erzähle ich euch wahrscheinlich nichts neues sondern langweilig euch also insofern für die längerfristigen die jetzt sagen das intraday und kurzfristig gucken das ist ja alles schön und gut aber ich gucke jetzt hier drauf und was ist es jetzt was hat es mit diesem bild auf sich ja tatsächlich das ist eine heikle situation der markt in amerika den deutschen gucken wir uns gleich noch an der spricht eine relativ klare sprache aktuell die für absolutes misstrauen was die kaufseite anspricht angeht spricht und damit ist bullisch vorläufig passé hinweis einzelaktien würde ich nicht jetzt pauschal schließen weil der index das macht aber ich würde bei einzelaktien schauen dass ihr die stops dann immer auf die etwas engere variante wählt und nicht dann sagt ja aber ich ziele da im großen immer noch auf das bild deshalb muss ich ihm hier einen weiten stopp lassen es sei denn die stoppweite passt noch für eure idee das ist immer pauschal schwer zu sagen denn stops müssen so liegen wie es für eure idee passt es nützt nichts zu sagen wo ist der optimale stopp ja das ist kann man nicht sagen weil der eine sagt sie ich brauche es weiter damit ich nicht dauernd rein und raus muss und der andere sagt bitte bitte enger ich kann hier wieder reingehen wenn wenn es mir nicht gefällt so dann kommen wir noch auf den dax wie sieht es denn da aus der dax ist im moment alles noch dienst nach vorschrift denn es war für uns klar im prinzip ist das ein bisschen vergleichbar mit dem was wir im dao gezeichnet haben denn das ist diese korrektur bewegung ich fasse mal ein bisschen zusammen das war die a b und die c mit dem einzigen unterschied dass das hier wohl dreiwellig ist das hatten wir als eine variante eben als klassische korrektur variante nämlich das double sideways so nennt man das wenn das hinten dreiwellig ist mal uns überlegt und das wäre immer noch ein bullisches bild dann müsste der markt irgendwo in diesem umfeld in einer dieser blauen boxen drehen wo genau weiß ich nicht eigentlich sogar eher an der unteren seite also 300 also für mich war so die 400 sozusagen hier oder dieses tief so ungefähr die mindestmarke aber eigentlich irgendwo in dieser kiste in dieser ja also die große ist der gesamt rücksetzer aber jetzt dieser arm ich würde fast sagen wo wir würden dann zeichnen ein bisschen niedriger als ich ihn gezeichnet habe nämlich dass er noch mal tiefer geht und die gelbe marke dort ist das absolute schisma ab wann es nicht mehr gilt für die für die bullen wenn diese marke durchstoßen wird und das ist die orientierung an dieser größenordnung hier streng genommen wird es vorher schon knapp wenn ihr das auf den hier nehmt aber anfang der korrektur hier und zur not noch hier lässt es irgendwo in diesem raum sein 15.100 würde ich ungerne sehen beim dax 400 ist noch okay 300 ist noch okay 250 fängt dann an eng zu werden aber 15.100 hielt für mich die bullischen bilder denn damit hätten wir ich fasse es noch mal kurz zusammen hätten wir im prinzip eine korrektur hier sag wieder hier eine korrektur die sind überschneidend und das kann ich überhaupt nicht leiden wenn ich im impulsmarkt unterwegs bin das passt dann nicht mehr noch so ist die korrektur auch wenn sie sehr lang gezogen ist sommerpause sei dank aber ist sie ein bisschen kleiner vom startwert als diese hier es ist aber schon ein bisschen auf der kippe aber es wäre noch akzeptabel der bullenmarkt aber spätestens an der stelle nicht mehr und dann gilt ähnlich wie beim dau auch wenn das nicht ganz so tief vielleicht ist sogar diese marke als quasi mindestzielmarke und vermutung sogar dass wir dahin auf jeden fall noch mal die türen offen haben also wenig platz noch da noch ist nicht katastrophe angesagt für den deutschen markt aber so wie die marktteilnehmer in amerika denken weiß ich noch nicht ob die marktteilnehmer hier die deutschen oder die am deutschen markt teilnehmen denn dass die hier in diesem bereich dann wirklich sagen nö da finden wir kaufen wenn wir super das ist ein unterstützungsangebot wir werden sehen ob es die marktteilnehmer aufgreifen mehr kann man eigentlich im moment nicht sagen dass er bis dahin fällt das haben wir ja schon lange überlegt weil es einfach ein standard denkt das hat jetzt nichts damit zu tun dass ich seerische fähigkeiten habe sondern das hat einfach nur mit damit zu tun dass diese verlaufsmuster relativ standard muster sind ja und wenn man die halt kennt dann weiß man ja gut irgendwo in der richtung ist es dann halt also das ist ein offenes geheimnis das ist also jetzt vielleicht auch für viele eine self-fulfilling prophecy weil wenn viele wissen naja fällig wäre jetzt eigentlich das ja dann macht der markt auch das weil die marktteilnehmer sagen ich rechne ja damit also wird dann diese marke auch angesteuert also das ist jetzt nicht irgendwie ein geheimnis magie oder sonst irgendwas sondern wenn alle wissen was gespielt wird dann machen halt da auch alle mit aber die entscheidung ob er dann dreht die wird hier gefällt und wenn er hier nicht dreht dann sieht's doof aus und wenn ich auch nach amerika gucke habe ich zumindest latent die sorge dass die marktteilnehmer diese chance für einen dreh nicht wahrnehmen wollen und sagen lassen wir mal ich will noch keine angst machen es gab zwei varianten den stop nachzuziehen die eine war hier oben da haben wir lange drüber gesprochen da konnte man relativ weit oben den stop nachziehen die andere ist einfach quasi unter dieser marke von mir aus 15.100 und jetzt dann raus zu gehen weiß ich nicht finde ich nicht so clever denn wenn ich das große bild handeln kann und wollte dann macht es jetzt nicht so sinn halbherzig hier kurz oberhalb der unterstützung zu schließen sondern dann muss man sagen ja gut entweder ihr holt euch dann ist noch gut oder ihr holt euch nicht aber dann will ich nicht mehr mit dabei sein also jetzt hier nachzuziehen auf das das finde ich nicht sehr smart weil das klingt so ein bisschen ja da oben habe ich es verpasst und jetzt habe ich aber sorge und emotionen sollte man beim handeln nicht haben wenn wenn euch sowas nervt dann müsst ihr das immer enger schließen und wenn euch das nicht nervt dann ist hier ein logischer stop für das größere bild na gut wir werden sehen was passiert wir sind dort in dem spannungsbereich der dow jones hat uns gezeigt vorsichtig unterstützungen sind immer angebote an die marktteilnehmer das ist kein pflichtprogramm der dow jones da haben die marktteilnehmer es nicht genutzt deshalb merkt euch unterstützungslinien sind keine abprallmarken unterstützungslinien sind angebote und wir gucken dann greifen die marktteilnehmer zu gut greifen sie nicht zu auch gut weil es eine klare aussage ist und sagt sie wollen nicht also muss ich mich wechseln das ist zwar unbequem keiner wechselt gerne nur long und für immer steigend wäre immer am einfachsten aber da machen wir uns nichts vor so funktioniert der markt nicht aber wenn wir wenigstens sehen an diesen entscheidungsmarken die marktteilnehmer lehnen es ab dann können wir ja sagen na gut reagieren wir halt darauf da ihr dieses video bis zu diesem punkt geguckt habt seid ihr aktivere marktteilnehmer egal ob ihr jetzt einmal am tag oder einmal in der woche auf die märkte guckt aber dementsprechend könnt ihr auch reagieren sonst würdet ihr euch das video nicht angucken das macht dann keinen sinn und dann weiß man eben ok lasst es dann eben hier zu oder ich brauch den engeren so also noch ein bisschen restchancen beim dax wir werden das natürlich weiter beobachten nach dem wochenende wie der dann reagiert dann in dem umfeld der dow jones das haben wir gesehen das ist der erste der ganz klar umgekippt ist beim nasdaq sind wir noch im spannenden bereich aber noch gerade so in ordnung und der s&p der ist quasi auf der nächsten basis schon unterwegs so wie wir es eben schon angedeutet haben nun wünsche ich euch dass ihr egal wie ihr im moment positioniert seid ob mehr in einzeltiteln die zum teil ja auch noch laufen es ist ja nicht dass der gesamte markt zusammen also dass alle titel zusammenbrechen der gesamte markt schon aber nicht der gesamte nicht alle titeln einzeln dass ihr was auch immer ihr tut das beste da rausholt und denkt immer dran die short seite ist genauso gut wie die long seite es ist nur die andere richtung das prinzip und das prozedere ist aber nahezu das gleiche in diesem sinne euch jetzt erstmal alles gute und liebe grüße bis dann ciao ciao